Hallo, ich bin Martina Fuchs. Ich unterstütze Unternehmer und Selbstständige dabei, sich online erfolgreich zu positionieren und mit der richtigen digitalen Marketingstrategie sichtbar zu werden. Der Grund, warum ich bei der Marketing Mastermind hier mit dabei war, war natürlich zum einen, sich mit like-minded people auszutauschen. Ja, was war das Beste an der Mastermind, wenn ich jetzt frech bin, sage ich das Outlet Shopping rund um die Ecke, weil das war fantastisch. Nein, Spaß beiseite. Also was ich wirklich super geschätzt habe an diesen zweieinhalb Tagen, ist der mega intensive Austausch mit Kollegen. Vor allen Dingen hat mir sehr, sehr gut gefallen das Thema, dass es extrem praxisnah war. Also wir haben nicht nur irgendwie über irgendwelche Themen gesprochen, sondern wir haben gleich Hand angelegt. Deswegen gehe ich jetzt mit einem fix und fertigen Member-Bereich nach Hause, was ich super finde, weil ich habe das monatelang von mir hergeschoben. Also danke an dich, lieber Olli, dass du das mit mir so super umgesetzt hast. Was ich auch genial fand, war die Einführung in Google Analytics, das ist gerade in den Google Tag Manager, auch sensationell. Und ja, für mich ein absolutes Highlight, super Event und bin gerne wieder mit euch an Bord beim nächsten Mal.